Okay, dieses Stück, wie alle weitere drei Balladen, hat Chopin dedicated zu Hermoiselle Palinoyer und es gab irgendwo Fakten geschrieben, dass er das, was ich gesagt habe, gelesen in seinem Leben, die Poesie von polnischen Schriftstellern gelesen hat. Es ist ein sehr romantischer Poesie. Ja, polnische Poet heißt Mitskevich. Und er hat mit seinen Gefühlen, mit seinen Impressionen gleich danach diese vier Balladen geschrieben. Also, warum und worum es hier geht, höchstwahrscheinlich und eine Liebesgeschichte. Und das können wir auch Poetisch als Idee nehmen für diese Balladen. Und mehrere Sachen auch bauen wie ein Dialog zwischen Mann und Frau. Das heißt zum Beispiel, alles, was in Soprano Stimme geht, so ein bisschen weiche Fennigine und linke Hand Antwort, so ein bisschen männliche Stimme, sehr ernsthaft und manchmal kommen sie zusammen, diese zwei Stimmen. Und die beiden mit seinen Schriftstellern gelesen haben. Und das ist wichtig, dass sie immer etwas sagen können. Weil bei ihm momentan für seinen Alter und nicht nur für seinen Alter, technisch ist alles wirklich sehr gut vorbereitet. Und das ist wichtig, dass sie sehr gut vorbereitet sind. Und das ist wichtig, dass sie sehr gut vorbereitet. Aber für ihn und seinen Lehrer sind. Wir werden jetzt einfach ein bisschen arbeiten nach Schopenhischem Stilistik. Jetzt werden wir jetzt etwas Schopenhischem Stilistik machen. Jetzt sind wir schon etwas Schopenhischem Stilistik. Ein Dialog von starstmetischem Karlanzeilen, zweisch Timo? Ja, wir werden schon einmal wieder machen. Kjubel-Dialog werden, an Gitarren und Janstum haben, und wir werden auch noch verweichern. Jetzt muss ich einmal beurdeilen. Das ist wichtig, dass es die Soprano stimmig in die Zechung von Stimme. Es gibt eine große Krise, die staat nicht hin, es ist wichtig, die sich in der Lege von Stimme. Es gibt einen Mischung der Stimme. Er hat sich noch nicht zu der Lege Motoren. Es gibt einen W dobry! Die, Herr Schopenhischem Sono! Ich höre trotzdem nicht genug Unterschied, die hymanische Balance, weil hier steht Mezza Voce, ich wollte auch wissen, ob ihr weißt, was ist das? Ja, ich weiß nicht. Halbstimmig. Kmetzer ist halb und Voce ist Stimme, also halbstimmig. Das ist der Bus. Und ganz frei. Und dann zusammen. Und dann wieder. Und bitte bei dieser Faktur, da, 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 so viel Zeit nehmen und Bein spielen. Wie er denkt, wäre schön für Klang. Da, 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 ja, da, 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 da. Ich bin ein bisschen zu direkt. Da 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 Ich kann sich viel mehr Freiheit erlauben. Mit 12 auch. Ich kann es auch mit 12 Jahren. Gut. Sehr gut. Einmal. Für dieses Stück, für dich erinnern. Immer da. Dieser Punkt ein bisschen später. Und Repetition nicht direkt, nicht da kam. Sondern immer etwas sagen. Mit viel Liebe. Und sehr viel Liebe. Weil Schoppa ist kaum einzige Note oder Takt oder etwas ohne Gefühl oder ohne Liebe. Es kann sein traurig, es kann sein fröhlich, es kann sein unterschiedlich. Aber alles mit sehr viel Gefühl. Und er hat von Natur sehr schönes Klavierton. Mir gefällt sein Ton. Und er kann das noch vielfältiger machen. Und er kann das noch vielfältiger machen. Danke schön. Danke schön. Ich brauche etwas mehr Magik. Magik. Du magst Magik? Ich liebe Magik. Also, versuchen wir Magik zu machen. Eine, eine. Ja? Okay. Das sollte wie ein Keres sein. Keres ist, wenn du streicheln. Ja. So. Seine Bewegung, aber in keinem Fall eckig. Nichts war Chopin eckig. Alles streichelt, schmeichelhaft und sehr, sehr smooth. Wisst ihr? Ja? Das wäre gut. Und das auch. Viel Volumen. Beides mal. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Und dann. Na, pam, pam, pam. Elegant. Okay? Hier. Okay? Gebetέ Cohes, Amen. So, möglicherweise beim Akkorden nicht drücken, nicht direkt spielen, seine schöne Ton genützen, auch beim Repetitionen mehr von hier als Druck von hier, frei Zeit nehmen, alles was erwartet. Ja, because this, you do, here, here, too fast, and that's why it's sound, here, three, more, more from here, yes, great, very good, like this, like this, once more from here. Great, great. Wow. Okay, here. Ah, here. You have to do one. Dann Unterschied, dynamisch, da dann Pan und dann, ja, wie, er schreibt, schon mal hier Diminuento, wo wir nichts spielen. Also zum Beispiel beim Geiger, beim Geiger kann man mit Vibrato machen, ja. Klar hier, hier nichts, das heißt, emotionell vorbereiten sich, für diesen ganz zärtlichen Trigger, und dann, ta-da-da, öffnen. Also jedes Mal zwischen diese Oktaven und kommenden Trills sich vorbereiten, für ein bisschen andere Art. Beim Chopin sehr wichtig ist manchmal, dass man sich rechtzeitig umstellen kann, bei großen Akkorden und der Oktaven, und plötzlich kleine Technik, das ist sehr schwierig. Weil, sehr oft gibt es sehr gute Pianisten, die große Technik gut spielen, akkorden, aber dann die Handschwierigkeiten mit dieser kleinen Technik, oder umgekehrt. Und das passiert, weil man kann nicht rechtzeitig hier Umstellung machen. Weil, weil man sich schnell umgekehrt, weil man sich einfach umgekehrt, weil man sich einfach umgekehrt, weil man sich umgekehrt. Ihr versteht? Ja? Okay? Ja. Technik, das heißt, hier große Bewegung, auch hier Oktaven, man muss alles, zurückkommen, kompakte Finger, hier Fingerspitze, klares Gefühl, und ganz schöner Trigger, aktiver Trigger. Ja, probieren. Probe! 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 Hier wird der Pedal sehr gut wechseln und jede Oktave ein bisschen später und da unten große Volumen und wenn er später nicht sicher wird, in größeren Schritten wird, muss ein Druck bekommen. Für jede Oktave ist mehr Zeit. Und jetzt wird er jedes Mal so viel sich freuen, dass man jedes Mal etwas Neues sagt. Das ist so für mich, als wenn du einen Mensch sehr liebst. Oder ein Buch sehr liebst. Und jedes Mal treffen mit diesem Mensch oder diesen Buch zu lernen, dass ich so viel Freude habe, dass du nie langweiligst. Deswegen, wenn dieses Thema kommt, jedes Mal versuchen, ein Spur anders zu spielen. Wenn ich diese Themen mache, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Zeit. Okay? Probieren Sie. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn du das ... This time you can play piano. Hier ist vielleicht ein Portel und hier ist vielleicht ein Portel zum Beispiel. Okay, try. Later, later. Und das mehr? Hier? Reichtiger. Das ist ein kleiner Kulminationspunkt von diesem Thema hier. Und er kann nicht spielen das wie das. Viel mehr Zeit. Zeitgefühl ist sehr wichtig. Und Zeitgefühl gibt es auch Freiheitsgefühl. Weil man schätzt normalerweise Zeit nicht genug gut. Und man denkt, wenn man mit der Zeit so umgeht, dass es immer so gratis gibt, sowieso, dann man hat viel Freiheit. Das ist aber nicht wahr. Das ist Fehler. Je mehr Zeit man schätzt und je mehr Zeit ausnützt, desto mehr frei ist man. Weil man kann alles machen, was er bietet. Also, jetzt probieren wir diese ganze Phase zu spielen, ab da bis da. Und eine große Verbreiterung füllen und Zeit total freiwillig ist. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Sehr schön. Zeit. Da letzte Zeit. Da ... Da ... Da ... Da ... Hier ... Bis zu ... Hier zu kommen. Ganz natürlich nicht. Deswegen nicht allen ganz kalt, ruhig, Kämmer umspitten. Ja? Und sofort entsteht in Luft Magie. Ja, weiter. Diese Episode schrieg musikalisch, weil wenn man die ganze Zeit ta-dam, 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 das ist unangenehm, das ist Wiederholung von Gleichem mehrmals. So zu spielen, ta-dam, ta-dam, kann man nicht, weil stilistisch nicht korrekt ist. Deswegen, er muss jedes Mal ein bisschen anders versuchen. Diese rechte Hand, wo ich das, ähm, ich würde gar nicht das machen und gar nicht, gar nicht das auch. Auch nicht so, ja? Diese Bewegung muss sein, so wie wenn du eine Katze auf die Füße hast und dann du streichst, du denkst nicht, wie du streichst. Ja? Du machst einfach diese ruhige Bewegung und dann irgendwann einmal, ich habe die Katze zu Hause gesehen. Hier, jedenfalls, mein Katze macht diese... Angenehm. Ja? Also so müssen seine Hände ganze Zeit ganz natürlich- ta-dam-pa-dam, ta-da-da-da-da-da. Diese Natürlichkeitssingende Gefühl haben. Und, ähm, je mehr er kann das zu Hause verarbeiten, als das wäre so ganz problemlos, desto mehr Publikum wird erstaunt sein, weil das ist diese Details, das große Master macht, weißt du, dass du weißt nicht, warum ist das dir so angenehm, aber diese Musik fasziniert dich und das sind diese Kleinigkeiten. Ja, also probieren, ich werde jetzt nicht stoppen, diese Episodes spielen und probieren, das so natürlich wie möglich musikalisch genießen, genießen. Okay? Wo Minore kommt, muss sofort entstehen hier etwas, etwas Neues, was wird langsam größer werden, das ist eine Unruhe. Und von dieser Unruhe später kommt diese große Fortissimo. Und je weniger er Akzente oder eckige Sachen macht, sondern im Großen sieht diese, so wie, das ist natürlich nicht so, aber nur ein Beispiel, wenn, wenn, wenn kommt ein Tornado oder irgendwas, ein Ungewitter, ja, dann, man sieht nicht Kleinigkeiten, man sieht diese große Ding und dann kommt zu dir näher, näher, näher und dann bist du schon genommen von Angst, ja, dann du weißt nicht, was genau passiert, aber du hast ganz großes Gefühl. So schon hier, wenn er erste Mal in linke Hand hier bekommt, diese Minore Noten, er muss schon das hier haben. Und dann, das entwickelt sich in ganzer nächste Seite und bringt zu dieser Fortissimo. Er muss diese Fortissimo von Anfang an sehr früh vorbereiten, emotionell. Ja. 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 Scheine. Ja. Musik Mit jeder Oktave größer werden als er wird sich so jetzt explodiert vom Gefühl. Die Oktave가 점점 커져서 내가 퍼질 듯한 느낌을 점점 풀어가지고 그런 느낌으로요. Und hier, es ist eine Sache, dass ihm wird helfen, später. Er nimmt Akkorden. Akkorden. Wo ist das? Das ist eine Sache. 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 Der Vorbereitung wird auf jeden Fall gespielt. Jeder Intervall wird größer als eine Oktave viel mehr Zeit überwählen. Wenn man keine Dino-Endo macht, wirklich groß und dann nicht abschließen, es geht weiter. Das ist Tatsiwara, die Käse ist absolut höher. Ja, das ist ein Sammel hier, wenn man kennt. Das ist Erinnerbuch. Das ist, so geht, aber hier ... Und was schon passiert, er kann nicht genau erinnern, muss hier so wie unternebel sein. Das ist ein Sammel, das ist ein Sammel, das ist ein Sammel. 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 Und dann kann er für große Saal ein bisschen klarer spielen und dann segnen. Hier sehen wir. Ja, dann machen wir das. Mit Pedal. Mit Pedal. Mit Pedal. Mit Pedal. Also wenn ich das so, wenn ich aus Kall ziehe, dann mich ich nicht ver일feikt張. Ich will es wirklich vire, jetzt mal so weit kommen. Also können Sie das mal verletzieren. Dann können Sie das mal-schraben. Ich hab mir das mal durchgeführt. Ich möchte das mal mit der Schwerin. Wir sprechen nämlich noch mit der Schwerin 끝. Doch, es ist immer recht seltsam. Wir versuchen Sie die Bedingung. Dar ich etwas deutlich! Wenn Sie die Bedingung anwendet werden können. Wenn Sie das nicht mehr bemerken müssen, wir können die Bedingungen nicht mehr entspannen. Musik Langsamer werden, weiter. Jedes Mal sich fühlen, als wäre er ein Moserat-Kabale, irgendwelche große Prima-Sänger mit großer Stimme und großer Freiheit, Zeit. Er spielt ein bisschen da, 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 so ein bisschen metronommäßig. Diese Stelle ist schon komplett frei. Ja, probieren. Ja, probieren. Hier auch frei und mehr Klang und viel flexibler Hände nicht fixieren. Ja. Sehr stark aus Spielen. Sogar geht es. Sehr stark, so geht es. Sehr stark. Ja. Aber dann, aber dann. Schöten, sehr elegant. Ja. 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 Das ist zu ernst. Erstens zu vorsichtig. Ja. Und zu zurück. Das ist zu fast. Boing. Da, 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 da. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020